Thank you for tuning in to Faith Connection. Gracias por sintonizarnos en la conexión de fe. Herzlich willkommen zu Glaubensverbindungen, wo wir dir helfen, mit Gott in Verbindung zu kommen. Herzlich willkommen, ich bin der Patrick Jau Bui aus der Freien Baptistengemeinde Niederau. Und das Thema heute heißt, wie man die richtige Priorität setzt. Oder man könnte sagen, habe ich die richtige Priorität. Wie setze ich meine Prioritäten um? Was sind die wichtigen Prioritäten meines Lebens? Und für dieses Thema wollen wir uns ein wichtiges Wort Jesus Christus über das Thema anschauen. Aus Matthäus 6, Vers 33. Matthäus 6, Vers 33. Da sagt Jesus, trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes. Und merkt das Wort zuerst. Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes, nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch dies alles hinzugefügt werden. So der Herr Jesus sagt, ihr habt viele Ziele, ihr habt viele Pläne, ihr habt viele Hoffnungen, ihr habt viele Aufgaben. Aber über alles andere, ihr habt vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes, nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch dies alles hinzugefügt werden. Lass uns beten. Herr Jesus, wir danken dir für diese Zeit. Wir danken dir für dein Wort. Und bitte hilf uns in dieser Stunde. Ich bitte für jeden Zuschauer, dass du zu ihm redest, dass du ihm hilfst. Im Namen Jesus habe ich gebetet. Amen. So trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes. Ein Mann ist einmal im Einkaufszentrum gegangen. Er hatte ein kleines Kind in der Hand, vielleicht ein Jahr alt oder so. Und er hat eingekauft mit der Frau und Lebensmittel, ein paar Hemder, ein paar Socken hier. Und sie waren für ein paar Stunden im Einkaufszentrum. Und dann wollte die Frau etwas Wichtiges erledigen. Und dann war sie kurz weg. Und dann hat sie gesagt, okay, mein Mann, du kannst vorgehen und ich treffe dich wieder im Essbereich, da wo die Restaurants sind. Und dann läuft der Mann mit dem Kind an der rechten Hand. Er hielt sein Kind und an der linken Hand hatte er eine volle Tasche, voll von Lebensmitteln, aber auch die Hemder, die er gekauft hatte. Und er ging dann runter durch die Rolltreppe. Und als er runterging, dann hat er gestoppt. Aus irgendeinem Grund hat er sein Gleichgewicht verloren. Und er hat versucht, sein Gleichgewicht wieder zu halten, aber dann ist er gestoppt über die Rolltreppe. Und pum, 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 das Ganze war runter. Und alle schauen, alle schreien, oh, was ist los? Und dann landet er, pam, am Boden. Und alle kommen und schauen zu und denken, was ist los, ist er in Ordnung? Und dann merken sie, der Mann hatte das Kind fest an seiner Brust gehalten und die Lebensmitteltasche war weg. Und siehst du, obwohl er das nicht bewusst gemacht hatte, er hatte das losgelassen, was nicht so wichtig war. Er hatte das Kind in der rechten Hand an seiner Brust und die Lebensmitteltasche in der linken Hand. Und in dem richtigen Moment sein Gehirn hat richtig entschieden. Warum? Weil auch im Unterbewusstsein war das Kind wichtiger als das Lebensmittel. Das Kind war wichtiger als das Hemd. Und wenn es darum ging, sich zu entscheiden, weil er nicht beides halten konnte, hat sein Gehirn, sein Unterbewusstsein natürlich die richtige Entscheidung getroffen. Aber oft ist in unserem Leben so, dass die meisten Entscheidungen, wenn nicht so im Unterbewusstsein geschehen, sondern wir müssen bewusst entscheiden, wo ist die richtige Priorität? Was ist wichtiger in meinem Leben? Wenn es Konflikt gibt zwischen zwei Entscheidungen, für welche werde ich mich denn entscheiden? Welchen Weg werde ich gehen? Welche Ausbildung? Es gibt so viele wichtige Entscheidungen, aber was ist der richtige Zeitpunkt? Was ist wichtiger, wenn es Konflikt gibt? Oder manchmal hast du schon erlebt, wie du hast vielleicht schon einen Termin ausgemacht mit jemandem und dann hast du ein anderes Gespräch und vielleicht der Arzt sagt, okay, ich möchte dich sehen und du schaust auf deinen Terminkalender und der Termin ist schon besetzt. Aber dann rufst du deinen Freund und sagst, oh, ich habe einen Arzttermin, wir müssen den Arzt sagen. Warum tust du das? Weil der Arzttermin, es geht um deine Gesundheit. Es ist dir wichtiger, als Essen zu gehen mit deinen Freunden, wenn du einen Arzt sehen musst. Es ist dir wichtiger, dass du gesund sei. Und so ist es mit uns. Und so machen wir tausende von Entscheidungen jeden Tag. Und es ist so wichtig, dass wir richtig entscheiden. Manche Bedürfnisse haben einen höheren Rang als andere. Manche Beziehungen haben eine größere Bedeutung als andere. Manche Aktivitäten haben einen größeren Vorrang als andere. Das ist nur Teil des Lebens. Manche Dinge sind wichtiger als andere. Nun ist nicht jede Prioritätswahl angemessen und weise. Und oft treffen wir die falschen Entscheidungen. Wir entscheiden uns für das aus, was nicht so wichtig war. Wir entscheiden uns für das, was vernachlässigbar ist. Und das tut uns viel Schaden an. Nun, Jesus lehrt uns, wenn man die richtige Priorität setzt, das wird Freude in dein Leben bringen. Wenn du die falschen Prioritäten hast, dann wird dir Schaden zufügt. Du wirst es einmal bereuen. Es gab vor vielen Jahren eine Umfrage. Und sie haben umgefragt bei älteren Menschen im Altersheim. Und sie haben gefragt den Menschen, okay, was bereust du? Was bereust du am meisten, wenn du auf dein Leben zurückschaust? Was bereust du am meisten? Und ich möchte dir hier mitteilen, keiner hat gesagt, ich wünsche, ich hätte viel mehr Geld gemacht. Keiner hat gesagt, ich wünsche, ich hätte mir viel mehr Geld bei der Arbeit verbracht. Keiner hat gesagt, ich wünsche mir, ich hätte viel mehr Urlaub gemacht. Aber wenn du die jüngeren Leute heute fragst, oh, was ist dir wichtiger? Geld, Arbeit, Urlaub, Karriere. Aber siehst du, am Ende des Lebens die meisten bereuen es. Weil sie merken, dass es doch wichtigere Sachen gab. Dass sie vielleicht doch die falsche Priorität hatten mit dem Leben. Und ich möchte nicht, dass du, Gott will nicht, dass wir erst am Ende unseres Lebens entdecken, dass wir falsche Prioritäten hatten. Sondern ich möchte uns helfen, hier Jesus, dass wir ganz am Anfang, dass wir richtig entscheiden. Und es spielt keine Rolle, wie alt du bist, lieber Zuschauer. Es ist nie zu spät, richtig zu entscheiden. Denn du kannst mit der Vergangenheit nichts tun. Aber die Zukunft kannst du doch beeinflussen. Und so sagt Jesus in Matthäus 6, 33, schaltet vielmehr zuerst, nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Nun lasst uns mal eine andere Stelle anschauen. und Markus 8. Markus 8, und das ist Vers 35. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert und meinen Willen und des Evangeliums will, der wird es retten. Merke, was Jesus sagt. Er sagt, es gibt es gibt diese Gefahr, dass man lebt, um sein Leben zu retten und es doch verliert. Da wird viel Tränen. Da wird viel Weinen geben. Es gibt aber die Möglichkeit, das Leben zu retten. Und er sagt, wer sein Leben verliert und meinen Willen um das Evangelium will, der wird es gerettet. Was Jesus sagt, er sagt, es gibt eine richtige Priorität, dass du doch am Ende glücklich bist, dass du doch am Ende Freude bringst, dass man sein Leben rettet. Willst du nicht dein Leben retten? Ich will mein Leben retten. Und so sollen wir zuhören, das, was Jesus sagt. Und lasst uns mal weiterschauen in Markus 8. Da sagt Jesus, Denn was wird es einem Menschen helfen, wenn er die ganze Welt gewinnt und seine Seele verliert? Und Vers 37. Und was kann ein Mensch als Lösegeld für seine Seele geben? Denn was wird es einem Menschen helfen, wenn er die ganze Welt gewinnt und seine Seele verliert? Was Jesus sagt, ist, dass es Prioritäten gibt. Es gibt richtige und falsche Prioritäten. Es gibt Prioritäten, die einem zu viel kosten werden, sogar die ganze Seele. Und der Herr Jesus möchte, dass ich, dass du richtig entscheidest. jeder Mensch, liebe Zuschauer, jeder Mensch, jeder Mensch ist geboren außerhalb des Reichsgottes. Keiner ist gläubig geboren, keiner ist gerettet geboren. Jeder Mensch ist verloren und wird als verlorener Mensch geboren. Durch die Erbsüden von Adam und Eva. Und die Bibel sagt, als durch einen Menschen die Sünde hin die Welt gekommen ist, so sind alle sündig geworden und alle haben gesündigt. Und alle mangeln die Herrlichkeit Gottes. Wir sind alle Sünde und keiner wird geboren in dem Reich Gottes. Das ist eine Lüge und die Bibel spricht ganz klar dagegen, gegen diese Lehre. Wir sind alle verloren und müssen gerettet werden. Nun aber, Gott verlangt eine vollkommene Gerechtigkeit. Gott ist ein heiliger Gott und er wird keine Sünde in den Himmel zulassen. Gott liebt den Sünder, aber er hasst die Sünde. Ich nutze oft das Beispiel meiner Frau, die immer sauber sein will und das mag ich. Wenn aber Gäste kommen und sagen, ihr müsst eure Schuhe ausziehen. Es ist nicht, weil sie die Gäste hasst. Glaubst du, sie hasst die Gäste? Nein, sie liebt sie. Aber sie sagt, oh liebe Freunde, ich möchte, dass du reinkommst, aber bitte deine Schuhe ausziehen. Und so ist Gott erliebt dich. Aber er kann die Sünde nicht aufnehmen. Er ist vollkommen. Er ist heilig. Und so sagt er, weil wir geflecht sind als Menschen, weil wir unrein sind. Wir können keinen Teil haben an seiner Herrlichkeit. Aber der Herr Jesus, das ist die gute Nachricht, der hat diese Herrlichkeit zur Verfügung gekriegt, diese Gerechtigkeit, die wir nicht erlangen konnten. Er hat ein vollkommenes Leben geführt. Und mit 33 Jahren alt ist er zum Kreuz gegangen, hat sein Leben geopfert für unsere Sünden. Und er ist auferstanden von den Toten, drei Tagen, nachdem er begraben war. Und dieser Jesus in den Himmel hinauf gestiegen und er bietet uns jetzt seine Gerechtigkeit, sein vollkommenes Leben zu allen, die in ihm glauben. Und er sagt, ich kann dir mein perfektes Leben geben. Ich kann dir mein perfektes Leben schenken. Er sagt, ich bin gekommen, um dich zu retten. Willst du uns nicht liebe Zuschauer? Oh, das Leben von Jesus Christus, sein perfektes, vollkommenes Leben, hat er zubereitet und wird jetzt beschenkt an alle, die in ihm glauben. Und so sei bemüht, in das Reich Gottes zu kommen. Denn der Herr sagt uns, was nützt einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnen würde und doch Schaden an seiner Seele nehmen würde. Was nützt dir, wenn du Millionen von Euro machst, aber für ewig verloren gehst in die Hölle? Was nützt es dir, wenn du eine wunderbare Karriere hast, aber für immer verdammt wird in den vollen Flammen der Hölle? Was nützt es dir, wenn du eine wunderbare Familie hast und ein vorbildliches Mensch in der Gesellschaft bist und doch ewig verloren geht, weil du ein Sünder bist. Oh, siehst du, deine erste Aufgabe, die höchste Priorität für dich, muss es gerettet zu werden. Sei bemüht, die Errätung deiner Seele zu verlangen. Jesus hat gesagt, wahrlich, wahrlich, der an mich glaubt, der will nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben bekommen. So sei bemüht, in das Reich Gottes zu kommen. Lass uns eine andere Stelle lesen, aus 1. Korinther 3 bis 9. 1. Korinther 3 bis 9. Da sagte Paulus, denn wir sind Gottes Mitarbeiter, ihr seid aber Gottes Ackerferden, Gottes Bau. Gemäß der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, habe ich als an weise Baumeister den Grund gelegt. Ein anderer aber baut darauf, jeder aber gebe Acht, wie er darauf aufbaut. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist. Welcher ist Jesus Christus? Wenn aber jemand auf diesem Grund Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu, Stroh, baut, so wird das Weg eines jeden offenbart werden. Der Tag wird es zeigen, weil es durchs Feuer geoffenbart wird. Und welche Art das Weg eines jeden ist, wird das Feuer erproben. Wenn jemand das Weg, das er darauf gebaut hat, bleibt, so wird er Lohn empfangen, wird aber jemand das Weg verbrennen, so wird er Schaden erleiden. Und er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durch Feuer hindurch. Was sagt uns die Schrift hier? Was die Schrift uns sagt, uns lädt, ist das niemand, Vers 12, niemand, Vers 11, Vers 11, denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Was Gott dir sagt, liebe Zuschauer, was er uns sagt hier, ist, dass wir müssen anfangen mit Jesus Christus. Er ist der Eckstein. Er ist der Grundstein des Lebens. Und wenn ich mein Leben bestehen soll, wenn mein Leben für die Ewigkeit sinnvoll sein wird, dann muss ich mit Christus bauen. Er muss der Eckstein sein, nicht ich, nicht diese Welt, nicht mein Geld, nicht meine Gemeindezugierigkeit, nicht meine Taufe, Jesus Christus. Ist Jesus Christus ein Eckstein? Ist er das Fundament deines Lebens? Hast du ihn jemals aufgenommen? Ist er dein Erlöser? Und Jesus muss der Eckstein sein und das kann niemandem wegnehmen. Aber hier spricht in 1. Korinther 3 bis 9 Gott, wenn er vergleicht unser Leben mit einem Gebäude, er sagt, nachdem wir den Grundstein gelegt haben, Jesus Christus, nachdem du gerettet bist, die nächste Aufgabe ist, mit kostbaren Steinen zu bauen, nicht mit Holz, ist, weil er sagt, alles wird durch das Feuer erprobt. Alles, was ich tue, wird durch das Feuer erprobt. Und so sagt der Herr Jesus Christus, traktet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes, nach seiner Gerechtigkeit. Oh, erstmal, erstmal die Gerechtigkeit Gottes annehmen, indem du dein Herz aufmachst, Jesus anvertraust. Die Bibel sagt, dass mit dem Munde man bekennt und mit dem Herzen man glaubt zur Errettung. Mit dem Herzen man glaubt. Oh, der Mann in der Gribel, der über die Gefangenen bewacht hat, der Wächter, der hat gehört, wie Paulus und Silas gesungen haben in der Nacht. Er hat gehört, wie sie gepredigt haben. Und er hat gemerkt, sie haben ein Leben, was ich nicht habe. Sie sind froh, sie haben eine Freude, die vom Herzen kommt. Sie wissen, wohin sie gehen. Sie kennen den lebendigen Gott, aber ich kenne ihn nicht. Und Gott hat einen Erdbeben geschickt und die Türen haben sich aufgetan und der Mann wollte sich umbringen, der Wächter, weil er dachte, die Gefangenen werden fliehen. Und dann hat Paulus gesagt, tu dir selber nicht weh. Wir sind alle hier. Und dann hat er gesagt, was soll ich gemacht? Daniel hat sich gekniet vor Paulus und Silas, hat sich geborgen. Er hat gesagt, was soll ich machen, um gerettet zu werden. Und da sagte Paulus Apostel voll mit dem Heiligen Geist Glaube an den Herrn Jesus Christus. So wirst du gerettet. Oh, Paulus sagte zu ihnen, mach sicher, dass Jesus der Grundstein ist deines Lebens. Bad dein Leben auf Jesus Christus. Es gibt kein Alter, um dein Leben an Jesus Christus zu stellen, ob du 5, 10, 15, 25, 30, 40, 90 Jahre alt, du kannst dein Leben auf Christus bauen, denn nur so ein Leben wird über den Tod bestehen, wird überhaupt in die Ewigkeit bestehen. Aber nachdem ein Mensch sein Leben auf Christus gebahrt hat, dann muss er erst mal und zuerst für das Reich Gottes Leben. Das ist die höchste Priorität. Denn Jesus hat uns gewarnt. Wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Oh, das heißt, wenn du für dich selber lebst, willst du es bereuen. Aber wenn du dein Leben hingebst, für den Erlöser zu leben, Jesus Christus, dann bist du leben. Denn nur das, was du für Christus gemacht hast, als Gläubiger, wird bestehen. Alles andere wird verbrannt, wie durch Feuer. Willst du, dass deine Wege bestehen? Willst du, dass dein Dienst besteht? Willst du, dass dein Leben besteht über den Tod? kein Mensch will umsonst leben? Kein Mensch will sein Leben verlieren? Ich möchte mein Leben retten. Ich möchte es gewinnen. Ich sage, okay, dann legst dein Leben hin für mich. Denn nur das, was du für den Meister getan hast, nur das, was du für Christus getan hast, wird bestehen. Alles andere wird verloren gehen. Es ist traurig, es ist sehr traurig, aber die meisten Christen haben nie eine Seele zu Christus geführt. Hast du gehört, was ich gesagt habe? Die meisten Christen haben nie eine Seele zu Jesus geführt. Sie haben nie an diesem Weg teilgenommen, was am aller wichtigsten ist, Menschen zu retten. Sie haben nie die Bibel aufgemacht und jemandem erzählt, wie er gerettet sein kann. Sie haben nicht gesucht nach dem Verlorenen Schaff. Es gibt ein wunderbares Lied, das heißt, bring, bring, bring sie heim, bring sie heim. Oh, Jesus sagt, ich bin der gute Hite und er sucht das Verlorene Schaff und er sagt, wer will mit mir arbeiten? Oh, so ein Weg wird bestehen. So ein Weg wird bestimmt bestehen. Aber es ist traurig, die meisten Christen haben nie die Freude gespürt, persönlich jemanden zu Christus zu führen. Die meisten Christen haben nie einen Missionar unterstützt. Die meisten Christen haben niemals ein Euro oder zwei oder drei oder vier und haben niemals die Freude und das Privileg gehabt, einen Missionar zu unterstützen. Und dort gibt es so viele Missionare in der Welt. Es gibt so viele Wege, Menschen, die hinausgehen in die ganze Welt, durch das Gebot Jesus Christus zu evangelisch zu verkündigen. Ich bin selber ein Missionar und der Herr hat mich berufen, Jesus Christus zu predigen. Ich bin dankbar, dass in vielen Gemeinden Menschen sind aufgestanden und haben gesagt, wir wollen dich unterstützen. Wir wollen Geld geben, wir wollen dich aussenden, dass du hinaus gehst und Seelensucht für Jesus Christus, dass du den Menschen bringst, das Schaf zu dem Hiten, dass du den Menschen erzählst, sie müssen nicht in ihrer Sünde sterben, es gibt eine Erlöse, es gibt eine Rette, dass die Botschaft Jesus Christus proklamierst, dass Jesus gestorben für unsere Sünde ist, dass er aufgestanden ist und das ewige Leben steht zur Verfügung. Ewiges Leben bereit ist. Und so, es ist wunderbar, dass diese Gläubigen einen Teil davon haben wollen, an dem Werk Jesus Christus. Oh, was ist mit dir, liebe Zuschauer? Hast du jemals eine Seele zu Jesus geführt? Hast du jemanden jemals gezeigt, wie in den Himmel kommt? Weißt du, du kannst es tun? es ist das Gebot für alle Christen, nicht nur für Pastoren, nicht nur für Lehrer, nicht nur für Bibelstudenten, wir müssen alle die Bibel studieren, sondern Gott möchte, dass wir alle Menschen zu Jesus führen. Und so ein Weg wird bestehen, am Tag des Gerichts. So ein Weg kann niemand wegnehmen, denn der Herr freut sich für eine Seele, die in das Reich kommt. Gibt es Freude im Angesicht meines Vaters, sagt Jesus Christus? Und hast du schon Missionare unterstützt? Was ist mit den Armen? Welches Weg tust du für Jesus Christus? Was ist die Priorität? Lebst du zuerst für das Reich Gottes? Kannst du von deinem Leben gehen, wenn du dein Leben anschaffst? Sage ich liebe, ich lebe, ich lebe, ich lebe, zuerst für das Reich Gottes. Ist es eine höchste Priorität im Leben, Menschen zu Christus zu führen? Ist es das, wofür du lebst? Nichts anderes ist wichtiger, als einen Menschen zu retten. Nun, vielleicht stehst du hier und du hörst mir zu und sagst, oh, Missionar Patrick, du hast von Prioritäten gesagt, du hast von dem Eckstein geredet, aber ich kann nicht mit Zufall sagen, dass das mein Teil ist. Ich kann nicht mit Zufall sagen, dass Jesus das Eckstein meines Lebens ist. Nun, er kann es in dieser Stunde werden. Du kannst in dieser Stunde die richtige Priorität in deinem Leben setzen. Und es fängt an mit Jesus Christus. als ich 16 Jahre alt war, habe ich mein Herz aufgemacht, weil ich verstanden habe, dass ich verloren bin in dieser Welt, in meinen Sünden. Und dass ich, seit ich gerettet werde, dass für ewig, für immer noch verloren gehen würde. Ich habe gesagt, hey Jesus, ich bin ein Sünder. Ich will aber nicht sterben in meiner Sünde. Ich glaube, dass du mich lebst. Ich danke, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Komm in mein Leben, rette mich von meiner Sünde. Was ist heute dein Gebet? Und nimm und lade Jesus ein. Er wird dich retten. Herzlich willkommen zu Glaubens Verbindung, wo wir dir helfen, mit Gott in Verbindung zu kommen.